Jetzt also nochmal, sie fügen zur Bibel etwas hinzu oder nehmen etwas davon weg, Offenbarung 22 und so weiter. Dann, sie erfinden Lehren, die im Widerspruch stehen, zum eindeutigen Wortsinn und Gesamtzusammenhang der Heiligen Schrift. Wenn also Gottes Wort klar ist, wörtlich zu nehmen, dann deuten sie es symbolisch. Und da wo Gottes Wort sagt, es ist ein gleiches oder symbolisch zu verstehen, dann nehmen sie es wörtlich, typisches Kennzeichen. Zum Beispiel, wenn der Herr Jesus sagt, ich bin der Weinstock, dann würde eine Sekte, ich erfinde jetzt mal die Weinstocksekte, hergehen und sagen, Jesus ist wirklich ein Weinstock, deshalb müssen wir die Weinstöcke anbeten. Das ist eine erfundene Sekte jetzt, aber das ist ein typisches Kennzeichen, wie es aber auch auf anderen Gebieten erfolgt. Zum Beispiel Rudolf Steiner, Anthroposophie, er lehrt, dass Christus der Erdgeist ist. Und als der Herr Jesus verraten wird von Judas, da sagt er einmal, der, der mit mir den Bissen hineintaucht, der wird mich verraten und der wird mich mit Füßen treten, heißt es dann, mit Füßen treten. Und dann hat Rudolf Steiner gesagt, in seiner symbolischen Umdeutung, ja, wir alle treten den Christus Erdgeist mit Füßen, indem wir auf der Erde herumlaufen. Christus ist der Geist der Erde und wir treten ihn mit Füßen. Ja, so hat er diese Stelle aus dem Zusammenhang gerissen und umgedeutet. Typisch sektierisch. Und was auch andere mitmachen, Zeugen Jehovas und so, wissen wir ja, obwohl der Herr Jesus sagt, Zeit und Stunde weiß niemand, wann er wiederkommen wird, sagen sie, aber wir wissen es doch. Vielleicht nicht die Stunde, aber den Tag und so wird es schon verschiedenes, auch bei Adventisten am Anfang, gedeutet und berechnet. Und da gilt für uns das Neue Testament, wir sollen bereit sein, die Zeichen der Zeit beachten, natürlich, ja, alle Zeit wartet bereit, aber nicht versuchen, jetzt Stunden und Tage auszurechnen. Da gibt es ganz klare Aussagen in Apostelgeschichte 1, Matthäus 24, dass wir das nicht tun können, auch nicht tun sollen und nicht tun brauchen. Und ein ganz wichtiges Kennzeichen ist, dass Sekten, falsche Propheten und so weiter, zentrale Wahrheiten des christlichen Glaubens übergehen und Jesus und sein Werk verleugnen, zumindest reduzieren. Vor allem seine Gottessohnschaft, habe ich schon Beispiele genannt, seine Fleischwerdung, sein Sühneopfer am Kreuz und seine leibliche Auferstehung. Das wird vielleicht noch nominell im Munde geführt, aber es wird entleert, es wird umgedeutet, ja, Christus sei Sonngeist oder nur ein höheres Geistwesen, er sei nicht wirklich Mensch geworden, andere sehnen wieder nur als Mensch. Also in ganz verschiedene Richtungen kann es umgedeutet werden und es ist immer falsch, wenn es nicht die biblische Gesamtschau enthält. Das hat mal ein bekannter Evangelist, ich glaube es war Gerhard Bergmann, gesagt, schau darauf, was sie mit dem Kreuz Jesu machen. Ob das im Zentrum bleibt, ob wirklich der Sühnetod Jesu allein uns völlig erlöst hat oder ob sie da Abstriche machen, ja, dann wird es sektierisch. Wenn nicht mehr das Kreuz im Zentrum ist, wenn das reduziert wird, an die Seite geschoben, andere Dinge plötzlich in die Mitte treten, das ist ein ganz wichtiges, sogar das entscheidende Kennzeichen. Ob sie das Kreuz durchkreuzen, mit einem falschen Kreuz, ja, muss nicht unbedingt das Umgedrehte sein. Es kann auch ein gnostisches Kreuz sein, ein Henkelkreuz oder wie auch immer, symbolisch jetzt auch gesprochen. Es gibt ja schon viele falsche Kreuze auch, wobei ich mir habe sagen lassen, die Schweizer Fahne mit ihrem Kreuz, das hat durchaus angeknüpft an das Kreuz Jesu und das Rot, das Blut Jesu. Schön, wenn es noch so ist, aber da wollen auch schon manche das abschaffen in der Schweiz. Ja, dann möchte ich auch zusammenfassend sagen, dass ihre Behauptungen bei den Sekten eine Mischung sind aus Wahrheit und Lüge, um viele zu verführen, habe ich auch schon ausgeführt. Dann machen viele Sekten Zukunftsvoraussagen, die mit göttlichem Offenbarungsanspruch vorgetragen werden und dann natürlich in der Regel doch nicht eintreffen. Manchmal gibt es Zufallstreffer, dann fallen ihnen manche zu, aber ja, es kann nicht eintreffen, was der Herr nicht so erfüllt. Und dann wird manchmal auch in gewissen Kreisen gesagt, der Herr hat zu mir geredet oder sogar noch extremer. Ich, der Herr, sage euch, stehen dann Propheten auf, ich, der Herr, sage euch, wie ein Medium fließt dann durch, muss man, denke ich, vorsichtig sein, sehr zurückhaltend und prüfen, wenn Menschen mit diesem Anspruch aufstehen. Wenn dann vor allem noch einer aufstehend sagt, aber ich, der sage euch anders, ja, es gibt es auch schon in solchen Versammlungen, wo sie dann ihre Konflikte auf diese übersteigerte Art miteinander austragen, ganz schlimme Entartungen, wenn das so läuft. Ich bin überzeugt, dass der Herr heute noch durch Predigt, durch sein Wort zu uns spricht, aber wir haben das Wort Gottes in seiner Fülle, wir müssen da nichts hinzutun, dürfen auch nichts hinzutun. Dann enthalten sektierische Lehren oftmals, nicht immer, aber oft, ein falsches Evangelium von Frieden, Liebe, Harmonie, Einheit und Toleranz. Alle Menschen werden Brüder, wo dann sanfter Flügel weilt, das auch auf religiösem Gebiet, die große Ökumene, ohne die Wahrheitsfrage zu stellen. Es kann aber auch die andere Seite geben, dass man das Gericht Gottes überbetont, meterweise im Blutwaden, bei Hamageddon und so weiter, diese Bilder bei den Zeugen Jehovas, wo dann den Leuten Angst eingejagt wird, mit dem höllischen Feuer, so wie es im Mittelalter war. Lasst mich dazu sagen, heute wird die Hölle eher verschwiegen, die Gehenna, die ewige Verdammnis. Das ist natürlich noch gravierender. Und heute wird es wahrscheinlich keinen Ablassstreit mehr geben. Es gibt den Ablass übrigens noch in der katholischen Kirche, wissen viele auch nicht. Hat auch der jetzige Papst wieder verkündet, mehrfach schon. Aber heute gibt es ja gar keine Sünde mehr, ist noch viel schlimmer. Heute ist ja alles normal und die Sünde wird aus Protest gehoben. Ja, auch eine schlimme Entwicklung. Gerade habe ich beim Herfahren noch eine Litfaßsäule gesehen, einen Film über einen Guru der Liebe. Kann man sich denken, was die da zeigen. Ja, Sünde gibt es nicht mehr. Es ist alles nur noch ein falsch verstandener Liebesbegriff, eine falsche Einheit. Die Versprechungen der Sektengründer und Gurus sind praktisch immer mit schönen Worten verpackt, schön eingehend und dadurch umso verführerischer. Aber es sind erdichtete Lehren und leere Worte nach 2. Petrus 2, Vers 3 und Judas 12. Sie lästern den lebendigen Gott, den sie nicht kennen. Ein falsches Gottesbild, eine falsche Christologie. Sie verkünden oftmals einen falschen Freiheitsbegriff. Tu, was du willst. Ja, das Motto des Satanismus etwa. Es sind viele Gurukulte eingeflossen. Es gibt auch andere, sehr asketische Kulte, die eine übertriebene Enthaltsamkeit lehren. Und die Selbsterlösung durch die Werke dann, indem ich kein Fleisch esse, mich der Sexualität völlig enthalten soll, nicht heiraten darf. Das hat ja die katholische Kirche zum Beispiel auf ihre Priester übertragen. Es gibt die Ehelosigkeit in der Bibel, ja. Aber die muss nicht unbedingt mit einem geistlichen Dienst zusammenfallen. Das ist dann wiederum zusammengemixt. Ja, da der geistliche Dienst und da die Ehelosigkeit. Und das dann zum Zölibat zusammengefügt. Ist aber nicht biblisch in dieser Weise. Falscher Freiheitsbegriff und auch falsche Askese. Dann oftmals Geld bei Menschen wird gesucht. Ehre bei Menschen wird gesucht statt beim Herrn. Der Herr allein ist unser Ruhm und nicht unser vergängliches, ärmliches Dasein. So sage ich jetzt, ja, vom Wort Gottes her. Ihretwegen wird die christliche Wahrheit verlästert. 2. Petrus 2, Vers 2. Traub treiben Ungläubige ihren Spott, weil solche, die sich Christen nennen, völlig unchristlich handeln und leben und lehren. Sie sind irdisch gesinnt und haben den Geist Gottes nicht, heißt es in Judas 19, die Irrlehrer. Sie streben daher aus eigener Kraft nach höherer Erkenntnis, also Gnosis, und belächeln den einfachen kindlichen Glauben. Ah, da stehen wir drüber. Wir haben eine höhere Stufe. So auch die Anthroposophen. Ihr seid ja nur Gläubige. Wir sind Erkennende. Gibt es auch manche christliche Kreise, die das so schön sagen. Die anderen, das sind halt die einfachen Christen. Wir sind schon Erkennende. Wir haben die höhere Erkenntnis, die höhere Wahrheit. Seien wir da vorsichtig und bleiben wir demütig, dass wir uns nicht erheben über das biblische Evangelium, das in seinem Kern einfach ist, kindlich und verständlich. Natürlich gibt es auch schwere Fragen in der Bibel. Aber der rettende Weg, den kann auch jemand verstehen, der ein Kind ist oder der vielleicht auch nicht alle geistigen Kräfte mehr hat. Ja, falsche Heilswege, Frömmigkeit als Gewerbe, Spaltungen werden verursacht. Es wird über die Gemeinde gespottet, die auf die Wiederkunft des Herrn wartet. Auch ein Kennzeichen nach 2. Petrus 3. Das könnt ihr alles in diesen Kapiteln auch nachlesen. Jetzt aber zum Schluss, wie können wir Sektenmitgliedern begegnen und helfen? Ich hoffe ja und wünsche uns, dass wir alle hier lebendige, brennende Christen für den Herrn sind und ein Anliegen haben, um solchen Menschen herauszuhelfen aus ihren Bindungen und Versklavungen. Epheser 4, Vers 15, lasst uns wahrhaftig sein in der Liebe. Wahrheit und Liebe gehören zusammen. Wenn wir das Evangelium bei Sektenmitgliedern verkündigen, gehört genauso wie bei jedem Menschen dazu, dass wir ihnen in Liebe begegnen. Auch nicht jetzt von oben herab. Ich weiß es besser als du, sondern gemeinsam das Wort Gottes betrachten, soweit sie es akzeptieren. Ja, aber sagen, meine Grundlage ist die Bibel. Lass uns darin alles prüfen. Und manchmal ist es gut, wenn wir auch noch einen Bruder oder eine Schwester dabei haben, die sich vielleicht noch besser auskennt als wir. Die Zeugen Jehovas kommen ja auch zu zweit. Warum soll ich dann da allein mich in die Nesseln setzen und denen wieder stehen müssen? Ja, wenn man schon weiß, dass die kommen, dann sollte man auch zu zweit vielleicht sein. Und die Bibel natürlich im Herzen tragen, sich auskennen im Wort Gottes, vor allem im Neuen Testament. Das Alte Testament ist natürlich genauso wichtig, aber es ist ja eine heilsgeschichtliche Entfaltung vom Alten zum Neuen Bund. Und für uns gilt als Christen in erster Linie der Neue Bund jetzt, weil es sich da ja erfüllt hat, was im Alten Bund vorausgesagt war. Ja, übrigens gibt es auch Sekten, die hängen im Alten Testament fest. Ja, und machen die ganzen Opfergebote, vielleicht nicht alle, aber diese ganzen Werkgebote, die da sind. Und ja, also, aber der Herr Jesus hat es ja erfüllt. Wir müssen nicht mehr Tiere opfern und ähnliches. Das waren ja noch Vorschattungen. Das Blut von Böcken und Stieren kann uns nicht erlösen, heißt es im Hebräer Brief. Im Blick auf das Alte Testament ist besonders der Hebräer Brief, Hebräer Brief, ja, wichtig, um zu zeigen, wie im Herrn Jesus Christus die Erfüllung gekommen ist für diese Prophezeiungen, für die Vorbereitungen im Alten Bund. Also in Wahrheit und Liebe den Herrn bezeugen. Persönliches Zeugnis bringt oft mehr als viele Diskussionen, dass wir Heilsgewissheit haben, Befreiung von der Schuld, dass wir vollkommen die Erlösung haben, uns nicht selber aus dem Sumpf ziehen müssen, wie es die Sekten meistens auch lehren. Die lehren ja, dass du dann entsprechend die Leistung bringen musst und jene Leistung. Und dass das Opfer Jesu nicht ausreichen würde, wird behauptet, was natürlich eine Lüge Satans ist. Wir können zur Erlösung 0% hinzufügen, gar nichts. Er hat alles vollbracht, es ist vollbracht. Ein vollkommenes Opfer. In der Mitte der Zeiten ist der Herr gekommen, um für die, die vorher gelebt haben, das Opfer zu bringen, im Alten Bund, und auch für die, die nachher noch kommen sollten. Ja, was Israel erhofft hat, und auch die Völker, die durch Israel zum Glauben kamen, sie haben ihre Vergebung, ihre Sühnung der Schuld bekommen, am Kreuz von Golgatha, rückwirkend und vorwirkend. In der Mitte der Zeit, als die Zeit erfüllt ward. Jetzt nicht in Jahren genau auszurechnen, aber so als der Höhepunkt der Zeit ist, so heißt es im Galater Brief, als die Zeit erfüllt ward. Also in Wahrheit und Liebe, das Gebet um die rechte Haltung. Sage die Wahrheit in Liebe, aber sage aus Liebe die Wahrheit. Nicht verschweigen, nicht verschweigen. Personentoleranz, ja, aber Sachtoleranz, nein. Nein. Das heißt, wir respektieren auch den Andersgläubigen als Geschöpf Gottes, er ist aber noch kein Kind Gottes, wenn er nicht an Jesus als den Sohn Gottes glaubt. Es wird oft auch vermischt, ja, sind doch alle Kinder Gottes. Falsch, sofort widersprechen, alle sind Geschöpfe Gottes. Kinder Gottes sind nur die, die wiedergeboren sind aus Wasser und Geist. Johannes 3, ganz klar nachzulesen. Dann seid ihr Kinder Gottes in der Wiedergeburt. Personentoleranz, ja, aber keine Sachtoleranz. Sachtoleranz würde heißen, Einhebung der Wahrheit, dass alles gleichgültig ist. Gleichgültig und damit gleichgültig. Postmoderne Beliebigkeit, das wollen wir nicht vertreten. Dürfen wir nicht vertreten, wenn wir dem Herrn treu bleiben wollen. Dann die Begriffe, wenn ich mit einem Sektenmitglied spreche, ist es ganz wichtig, die Begriffe zu klären, die Terminologie, der Fachbegriff, ja, die Terminologie. Denn der Sektierer, die Sektiererin, die sprechen auch oftmals von Gott, von Jesus Christus, von Gebet, von Wiedergeburt sogar, von Glaube, aber sie meinen in der Regel etwas ganz anderes damit. Es kann manchmal ein paar Überschneidungen geben, schließe ich nicht aus, aber wenn es im Zentrum nicht stimmt, ist auch das andere verschoben, perspektivisch verschoben und damit nicht mehr im Lot, ist nicht mehr im Lot. Wenn anders über das Kreuz Jesu gelehrt wird, über seinen Sühnetod, anders über die leibliche Auferstehung, anders über die Irrtumslosigkeit der Bibel, dann ist die ganze Sache schon verschoben. Und deshalb gilt es zu klären, was meinst du denn, wenn du von Gott redest, von Jesus redest, von Wiedergeburt? Meinst du vielleicht sogar Reinkarnation damit? Seelenwanderung, Wiederverkörperung, wie im Hinduismus, Buddhismus, New Age, Theosophie, Anthroposophie und so weiter, die lehren ja alle Reinkarnation als Wiederverkörperung und sprechen dann auch von Wiedergeburt. Ja, aber das ist die fleischliche Wiedergeburt und nicht die geistliche. Wir sind wiedergeboren durch Wasser und Geist. Das heißt, durch das reinigende Wasserbad im Wort, durch das Wort Gottes und den Geist Gottes, Johannes 3. Etwas ganz anderes als ein fleischliches Wieder in diesen Leib kommen müssen, was ja ein Fluch ist im Buddhismus. Buddha hat das als Fluch gesehen selber. Und sie wollten ja freikommen von diesem Kreislauf der Wiedergeburten, diesem ewig sich drehenden Rad, so das Symbol des Buddhismus. Es ist kein Segen, es ist die Auflösung ins Nichts, Nirvana, was dort erstrebt wird. So auch bei den buddhistischen Sekten. Also die Terminologie, die Berufsklärung, klärt die Begriffe. Sonst redet man immer aneinander vorbei. Das muss geklärt werden. Wenn Zeugen Jehovas zum Beispiel ganz klar fragen, wer ist für euch Jesus Christus? Dann sagen sie, der Sohn Gottes. Dann sage ich, halt mal, halt mal, Sohn Gottes ist ja nicht ein Engel bei euch nur. Da müssen Sie zugeben, naja, er ist halt, die Engel sind alle Söhne Gottes und er ist ein Sohn Gottes, der Höchste davon. Aber wenn man das nicht gleich nachfragt, dann ist man schon verloren in der Diskussion. Dann reden die fromm vom Sohn Gottes und meinen überhaupt nicht den Sohn Gottes. Genauso bei den Mormonen und überall bei diesen Gruppen. Ja, es ist wirklich diabolisch, verwirrend, vermischend, verdrehend alles. Prüfe die Geister. Die Sabbatfrage möchte ich auch erwähnen. Ist das noch von Interesse? Ich weiß nicht, ob Adventisten unter uns sind, da ist vieles gemeinsam, ja, da freue ich mich auch drüber. Ich würde es auch nicht jetzt zu diesen extremen Sekten stellen, aber, falls jemand hier ist, prüft einmal wirklich, ob der Sonntag das Mahlzeichen des Tieres ist, wie behauptet wird, von Ellen Goldwhite und von den Adventisten. Und ob der Sabbat, die Einhaltung des Sabbats schon das Versiegelungszeichen der wahren Jünger ist, ob das die Bibel so sagt in Offenbarung 13, steht das da? Ist es nicht eher ein Chip, dieses Mahlzeichen vielleicht? Auch eine Spekulation, gebe ich zu. Ja, jedenfalls ist es die Zahl des Namens des Tieres. Ich denke, wenn jemand unbedingt den Sabbat halten will, das würde ich noch nicht als heilsentscheidenden Unterschied ansehen. Ja, das mag so sein. Aber dann bitte nicht, wenn wir den Tag der Auferstehung Jesu feiern. Das ist nämlich im russischen Vaskrisenje, da heißt es Auferstehungstag, da wird es noch deutlicher. Natürlich haben wir ja die germanischen Bezeichnungen Sonnentag, finde ich auch nicht so gut. Aber der Vaskrisenje-Tag, der Auferstehungstag, ist uns im neuen Bund der Tag, wo der Herr schien ist seinen Jüngern und wo an Pfingsten die Gemeinde gegründet wurde. Deshalb haben die ersten Jünger sich an jedem Tag versammelt. So steht es in der Bibel. Und auch am ersten Tag der Woche ist der Herr erschienen, da waren sie versammelt. Mehrfach. Ich glaube fünfmal. Fünf Erscheinungen sind es. Ich will jetzt die Diskussion nicht vertiefen, aber ich sage nur, ich feiere frohen Mutes den Auferstehungstag. Habe ich gar kein Problem damit von der Bibel her. Und der Sabbat in Kolosser 2 ist das einzige Gebot, was auch nicht wiederholt wird, sondern in Kolosser 2 wird gesagt, wir sollen nicht die Tage höher achten, sondern es wird hier sogar relativiert. Es wird nicht als das absolute Gebot betont, wie die anderen zehn Gebote, die alle wiederholt werden, etwa in Römer 13, wo dann gesagt wird, das ist die Erfüllung des Gesetzes. Wer nicht töte, nicht Ehe bricht, wer Gott ehrt und so weiter, das wird wiederholt im Neuen Testament. Aber der Sabbat wird eben nicht verbindlich gemacht. Im Gegenteil, der Herr Jesus, der Menschensohn, ist der Herr des Sabbats. Und sie haben ihn auch überdreht, er hat geheilt am Sabbat, die Jünger haben Ehren gerauft. Wenn wir noch im Altenbund leben würden, dann müssten wir das auch alles einhalten, dürften wir nur einen Kilometer am Sonntag laufen. Und die Juden sind ja so listig, die haben dann Wassersäcke auf die Esel gelegt, dann konnten sie, ich glaube, 20 Kilometer oder weit reisen, wenn sie eine Reise machen mussten, haben sie einen Wassersack dann auf das Reittier gelegt. Das ist natürlich, wie sagt man da, Erbsenzählerei oder wie man es nennt, aber das ist nicht das, was Gottes Wort an sich damit gemeint hat. Ja, jeder sei da seiner Meinung gewiss, aber wir wollen nicht dem anderen Glaubenden absprechen, wenn wir sagen, wir denken an die Auferstehung unseres Herrn, wenn wir den ersten Tag der Woche jetzt feiern. Was ich damit sagen wollte, also Gottes Heilsplan hat sich entfaltet vom Alten zum Neuen Bund. Ist auch wichtig im Gespräch mit sektierischen Lehrern, dass wir nicht jetzt im Alten Bund wieder die Opferrituale einführen und solche Dinge. Das kann auch sektierisch dann ausarten. Es gibt manche, die es da gut meinen, die sagen, ich esse auch kein Fleisch oder auch kein Schweinefleisch, weil es im Alten Bund verboten ist. Gut, da mag jeder seiner Meinung gewiss sein, aber es kann niemals ein Heilsweg sein, ja, diese Lehre. In Apostelgeschichte 15, beim Apostelkonzil wurde gesagt, was im Neuen Bund gelten soll, ich hoffe, ich kriege es jetzt auswendig zusammen, wir haben Enthaltung von Unzucht, von Ersticktem, von Blut und von Götzenopfer, Fleisch, glaube ich, ja. Diese vier Dinge, wenn das Evangelium von Israel zu den Heiden-Nationen hinausgeht. Mehr legt ihnen nicht auf. Wollen wir auch in dem Zusammenhang festhalten, liebe Geschwister. Und natürlich, aus Liebe zum Herrn Jesus, halten wir die Gebote, die zehn Gebote und lassen uns auch die Kraft schenken, gemäß der Bergpredigt zu leben, auch wenn wir es nicht alles schaffen. Die Bergpredigt geht ja weit hinaus über das, was im Alten Bund stand. Ich habe ja sie auslegen dürfen durch das Herrn Gnade. Ein Buchexemplar dieser Auslegung liegt noch draußen auf. Da könnt ihr das alles nachlesen. Die höhere, die bessere Gerechtigkeit der Jünger Jesu, aber in der völligen Abhängigkeit vom Herrn, nicht in selbstgemachter Werkheiligkeit. Ja, tut mir leid, dass ich jetzt schon fast zwei Stunden rede. Es ist schon fast ein Seminar, aber wir haben ja auch ein Lied dazwischen gesungen. Jetzt kommen wir wirklich zum Ende. Und damit stehen wir doch erst am Anfang dieser Thematik. Es ist ein uferloses Thema. Aber ja, die Frage stellt sich jetzt zum Beispiel noch am Schluss, gehen Mitglieder von Sekten ewig verloren? Darüber steht uns das Urteil nicht zu, liebe Geschwister, liebe Freunde. Das steht allein dem Herrn zu. Und es ist auch unterschiedlich. Der Herr sieht das Herz an. Das möchte ich wiederholen. Es gibt Mitglieder in verschiedenen Kirchen und genauso in verschiedenen Sekten, die glauben wirklich an den biblischen, lebendigen Herrn Jesus Christus aufgrund des Wortes Gottes und haben vielleicht ihre eigenen Sektenlehren gar nicht verstanden. So wie ich es vorhin auch am Anfang etwas provokativ über die katholische Kirche gesagt habe, haben die katholischen Dogmen überhaupt noch nie gelesen. Ich glaube, die meisten Katholiken haben die noch nie gelesen. Ich habe sie auch nicht alle gelesen, obwohl ich auch schon Katholik war. Aber man muss per Definition alle diese Dogmen glauben. Und dann wird es natürlich gefährlich, wenn man zur Bibel das hinzufügt. Es mag Mitglieder geben, vor allem auch bei solchen Gruppierungen wie bei Neuapostolischen, Adventisten sowieso, aber auch vielleicht sogar bei den Zeugen Jehovas, die vieles biblisch glauben und die diese Sonderlehren gar nicht so für zentral halten. Und der Herr kann die auch retten, ganz klar. Mehr als jemand, der in irgendeine evangelische Kirche oder Freikirche geht und nur in so einen äußerlichen Scheinglauben hat oder gar nicht wirklich bekehrt ist. Also da müssen wir auch demütig sein und das stehen lassen können. Der Sektenexperte Kurt Hutten hat einmal sehr gut Folgendes geschrieben. In seinem Buch Seher, Grübler, Enthusiasten. Er sagt, es ist uns nicht erlaubt, ein Generalurteil darüber zu fällen. Weil in diesen Gemeinschaften irrige Lehren verkündet werden, deshalb verfehlen ihre Mitglieder das Heil. Dieses Urteil können wir nicht als Generalurteil fällen. Er sagt weiter, wir können nur sagen, wegen dieser irrigen Lehren, also falschen Lehren, ist es dem einzelnen Sektenmitglied erschwert, erschwert, also es ist ein Hindernis, den rechten Weg zu finden. Das steht wie eine Mauer dazwischen, stellt sich dann dazwischen, zwischen dem lebendigen Herrn und sein Wort und diesen Menschen. Da steht dann diese Mauer der Sektenlehren und Sonderlehren dazwischen. Hutten schreibt weiter, dieser Mensch ist in Gefahr, auf Abwege zu geraten, das Wichtigste an den Rand zu schieben und Nebensächliches in den Mittelpunkt zu stellen. Er kann dazu verführt werden, dass er sich auf trügerische Sicherheiten verlässt, die also nicht tragen, und dass der Boden, auf dem er steht, dann einbricht. Aber er kann trotz seines irrigen Bekenntnisses in der Nachfolge des Herrn stehen und ihn lieben. Ihn lieben. Und das ist entscheidend, die Liebe zum wirklichen, lebendigen Sohn Gottes. Nicht zu einem verfälschten Christus, das ist natürlich wichtig. Denn die Bibel sagt ganz klar, wer den Sohn hat, der hat das Leben, wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Der Sohn Gottes gemäß der Heiligen Schrift, nicht einer verfälschten Neuoffenbarung. Möchte ich nochmal unterstreichen. Und auch Liebe zum Herrn, keine verfälschte Liebe, die wirkliche Liebe, denn er hat uns zuerst geliebt, lasst uns ihn wieder lieben, lasst uns ihm unser ganzes Herz geben. Und das wirkt sich dann auch aus im Leben. Ich sage nochmal, das Leben und Lehre gehören zusammen. Ja, wenn wir gemäß dem Evangelium leben und lehren, dann ist unser Leben eine Einheit. Ich sage nochmal, wir können es nicht vollkommen leben, als schwache, vom Fleisch noch geprägte Menschen. Aber soweit wir dem Geist Gottes in uns Raum geben, soweit er uns beherrschen kann, durch sein Wort, durch seine Gnade, soweit können wir auch dem Herrn dienen und nachfolgen. Ich möchte auch jetzt im Gebet den Herrn bieten, dass er uns stärkt, im Glauben, dass er uns immun macht gegen falsche Geister und falsche Propheten, falsche Christusse, falsche Systeme. Und dass er uns auf dem schmalen Weg zum Ziel bringt der himmlischen Herrlichkeit. Das covid-1990 Amt neu comme Verscheid tot, der Graf von Frau und Ölgängst im Geist Gottes Untertitelung des ZDF, 2020